Wie ich noch im Kindergarten war, da war das noch, Sankt Martin, das ist der heilige Sankt Martin. Auf einem Schimmel angeritten kommen, seinem roten Mangel, den er mit dem Bettler geteilt hat. Mittlerweile ist es die heilige Martina, da hocken sie so übergewichtige Kindergärtnerinnen auf Schettlern-Bonnie drauf. Wo sämtliche Kinder außenrum stehen, das arme Pony. Vater, was wird aus dem Pony? Lasagne. Aber wie ich noch im Kindergarten war, da haben wir uns auch noch unsere Laterne selber gebastelt. Aus der Käsdosen raus, haben wir unsere Laterne gebastelt, mit der Kerzele drin. Mittlerweile geht es das Ding fix und fertig zu kämpfen. Bei Kick. 3,99 Euro. Mit Batterie. Von welchem man nicht geht aus, ich gehe nach Haus. Die können durchlaufen bis waschigen Dienstag. Went nachetted für den Pony. Das ist das Ding sehrer Geheim. iskasse Das ist das Ding. direikt